Was geht ab, Alter, was geht ab? Was geht ab, Alter, was geht ab, Alter, was geht ab, Alter, was geht ab? Was machst du dir, fragt er, du schreibst Boss mit Z, ist ja saukool, ne, schreib noch Satan mit 4, dann gibt es Props aus der Hauptschule. Schlechte Nachricht muss ich dir bekunden, dein Boss wurde von einem Engel bezwungen, war gar nicht schwer, weil eigentlich jeder das kann, ich spiel Beinling auf Weisek und Kill, mega Satan, herrlich. Was geht ab, Alter, was geht ab, das Leben als Geburtsieger, Thüringer muss hart sein, dicker, dafür flossen so vielfältig, wie dein Schwarz-Weiß-Filter. Du bist der Beweis, dass ich das hier überschätzt hab, du kommst hier rein, fluss'n Google-Übersetzer, ey, der kriegt nur vier Zeilen, weil der Übel schlecht ist, außerdem macht er Werbung für die Lüge im Presse. Tori, was geht ab, Alter, was geht ab, dein Flow ist lahm und du bist ziemlich alt und benutzt ihn doch zur eigenen Hospitbegleitung. Dein Badezimmer mangelt an guter Führung, denn anstatt sie zu benutzen, streichelst du die Spülung, das stinkt doch, dir solltest du ein Ende machen, dann vergisst du auch noch das Händewaschen, nekenhaft. Widme deine Zeit der Hygiene und nicht der Dichtunst, vor allem wenn du mit den Pissfingern die Switch nutzt, hast du keinen Respekt vor teuren Dingen, mit den Pissflecken wirst du für den Koop keine Freunde finden. Die Gruppe ist okay, bis auf mich übershit, Digga, du bist der Einzige, der mein Trolllevel übertrifft, dein Text besteht aus schlechten Reimen und leeren Phrasen, siehst aus wie 40, schreibst wie 4, Evolution fehlgeschlagen. Du nix, was geht ab, what's up boys, halt ich hab gefragt, was geht so, ihr habt was gemeinsam, ihr seid beide scheiße und euer peinlicher Name klingt nach einem Gleitgehl. Hemmel mischt Rap, represent Gangsterrap mit Fashion Trends und mit Audien, kriegt das Handicap ein weiteres Handicap. Ihr seid ausgeboten eines verstreiten Windes, Kevin und Mandy, sattländischem Inzest, euer Rap ist eher so monotonisch gestammelt, habt ihr wohl zu viele Kromosomen gesammelt? Lernt erstmal Rap imbe, vor ihr sowas hinscheint, ihr seid Konkurrenz in Dislikes, Respekt für euren Namen, sollte man nicht vergessen, ihr könnt den Applaus, der auch die Ends hemmen. Das ist übrigens witzig, weil ihr Audience und Hemmel heißt. Der Hate hat mich in die Knie gezwungen, die YouTube-Kommentare haben Ironie erfunden, sie haben es geschafft, dass der Laysen traurig ist. But that's just how it is. Wah, bah, da da dee da da, wah, bah, da dee da da, wah, bah, da dee da da ah. Untertitelung. BR 2018